Trennung bei Rachel Billson und Halden wegen Emma Roths Ist wirklich Julia Roths, 49, nicht die Schuld an dieser Hollywood-Trennung? Nach neun gemeinsamen Jahren wurde im vergangenen Monat das Ende der Beziehung von Rachel Billson, 36, und Halden Christensen, 36, bekannt. Es sei endgültig alles aus zwischen den Eltern einer süßen Tochter angeblich wegen Emma Roths, 26. Die News-Seite Tablast will herausgefunden haben, dass verräterische Textnachrichten entdeckt habe, die sie zu der Überzeugung brachten, dass zwischen ihrem Freund und seiner Filmkollegin mehr als nur Freundschaft bestehen. Und drehten in diesem Jahr zusammen die Romanze Little Italy. Die ehemalige OC. California-Darstellerin habe jedenfalls nur kurze Zeit später beschlossen, sich von zu trennen. Offen bleibt bei dieser Online-Meldung jedoch, was genau sich der Star Wars Star und hin und her geschrieben haben sollen. Außerdem nicht klar, glaubt wirklich, dass ihr frischgebacken Ex mit der 26-Jährigen, die immerhin wieder mit X-Men-Star Ewan Peters, 30, verlobt ist fremdgegangen ist? Seit 2008 waren und bis auf eine kurze Unterbrechung im Jahr 2010 ein Liebespaar. 2014 machte die Geburt ihres gemeinsamen Kindes, 2, ihr Glück perfekt. Der Grund für das überraschende Liebesaus wurde offiziell bisher nicht publik gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017